Und heute schauen wir mal hier eine Wunde rein. Mal schauen, ob wir hier was ergattern können. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ist er ganz schön bescheiden hier mit seiner Sterne. Oh, 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 oh. Phasera, oh, dasz wobbersch du doch mich. Ja! Ich liebe dich. ich will es noch mitpacken können So, die Klo die 100 haben wir schon mal nicht. Auch nicht. Übel, macht da wenigstens 3, denn eine schicke 7, dann hätten wir doch schon mal was. So, die Klo die 100 haben wir schon mal was. Das soll ja mal überhaupt nicht sein heute. Das hat ja mal gar keiner Lust. Wenn nicht, dann lässt es sein. Und mal eine Runde. Golden Temptation. Hmm. 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 Komm mal, sag mal irgendwas hier. Wahnsinn. Jetzt sind 20 schon wieder weg. Das klingelt. Uiuiuiui. Hübsch. 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 schickt da nichts mehr nach hier dann wechseln wir noch mal eine runde schauen wir mal ob hier was abgeht los gehts links brauchen wir eine volle Paltung doch ja so viel das reicht nicht ja ein Stückchen höher noch ein bisschen höher das ist dann gehen meine herrn kann aber nicht so schwer sein da ist er da schiebt noch welche hinterher so ein lump nichts gar nichts ist das eine schweinerei so gehen wir auf zwei hopp oder top was kommen können sie uns nochmal könnte hängen werden so 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 Oh, herr mit. Schöne Fünferreihe, komm. Malonskis, zum eigenen Fall für die Karte. Bleibt da noch ein Schwarz? Nein, natürlich nicht, Mann, ey, ach, das war die Chance, schade, schade, schade. Und hier mal zehn Freispiele, ein Euro Spieleinsatz. Schöne Fünferreihe, komm. Schöne Fünferreihe, komm. Schöne Fünferreihe, komm. Schöne Fünferreihe, sag doch noch, komm. Na, wo steckt da? Ja, keinem mit bei hier. Zwei. Wow. Ah, drei. Na ja, das haben wir schon besser gesehen. Aber gut, was soll's. Ja. 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 ev部分. Na, wo stregime.